Kantaurant? Meinst du, das versteht überhaupt irgendjemand? Das ist doch ganz einfach. Kantine, Restaurant, Kantaurant. Unsere Gastronomiebranche ist angeschlagen. Wir als GKB möchten ein wenig anschieben helfen. Mit einer kleinen, aber feinen Idee. Also, was machen wir? Als wir diese Lunchgutschein für die Partizipantinnen und Partizipanten eingekauft haben, haben wir uns gedacht, wir haben zwar eine super Kantine in Chur, aber eben nur eine und nur hier. Wäre es nicht eine gute Idee, alle Bündner Restaurante für 1-2 Mal zu unseren GKB-Kantinen zu machen? So quasi zu unseren Kantaurants. Ein schönes Kantaurant in Laax, in Schiers, in Chapina, in Bivio oder in der Lenzerheide. Einfach überall. Also haben wir gerade noch mehr Gutschein auch für unsere Mitarbeitenden besorgt. Und alle Bündner Restaurante feierlich zu Kantaurants ernannt. Insgesamt haben wir 13'000 Gutschein für all diese schönen Restaurante oder eben Kantaurants besorgt. Mit dieser Aktion von Graubüttner Kantonalbank generieren wir 1-1,5 Millionen mehr Umsatz, die wir in dieser schwierigen Zeit sehr gut brauchen können. Schön, dass Graubüttner Kantonalbank und Graubüttner Gastronomie auf eine so grosszügige und sympathische Art unterstützt. Jetzt geht doch bitte alle fein essen und nehmt eure Liebsten mit. Wir hoffen, wir können mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag leisten, dass die Zukunft unserer Gastronomie die beste aller Zeiten wird.